I am, I am, I am, I am 105. Heute ist Peter Sturm, der 105 Fotograf. In den kommenden Stunden fährt er mit dem Fotoshooting von I am 105. Hey zusammen, ich bin Jessica und ich bin gerade hier beim 105 Fotoshooting. Ich bin mega gespannt, wie es jetzt wird und was nachher alles kommt. Sie verwandten mich in Miranda Kerr. Hallo, ich bin Medina. Ich freue mich schon sehr auf das Fotoshooting. Und ich werde umgewandelt in Kaley Minow. Hallo zusammen, ich bin Alicia. Ich freue mich mega auf das Fotoshooting und bin sehr gespannt, wie es mich nachher umwandeln wird zu den Elifortado. Auf euch sind dere. Alles klar, ich freue mich. Ok, danke schön. Also, wir sehen uns bei euch. Tschüss, unser Jan. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss. So, wir sehen uns beim nächsten Mal. So, wir sehen uns beim nächsten Mal. Welchen Star hast du ausgewählt? Welches Styling von welchem Star willst du? Ah, Beyonce. Ich habe sie mega gerne und ich finde sie wirklich glämmereus und super sexy. Man kann also schon sagen, es wird ein ziemlich scharfer Kalender. Äh, hell yeah. Hallo zusammen, ich bin Fabian und ich komme jetzt gerade an das Shooting von I'm 105 und ich werde umgestellt als Christina Aguilera und ich freue mich schon mega drauf. So іse für mich! Hallo 105, also ich habe gerade mein Shooting gehabt. Ich bedanke mich für die 105. Die Stylisten und auch noch den Fotograf. Es war mega geil. Und ich möchte mich an alle bedanken, die für mich gewollt haben. Und es hat mega Spass gemacht. Danke vielmal 105 für das mega coole Shooting. Es war ein super Fotoshooting. Es hat super mega viel Spass gemacht. Das Fotoshooting ist jetzt fertig. Es ist mega toll. Danke vielmal 105. Tschau zusammen. Das Fotoshooting ist jetzt fertig. Vielen Dank.